So, guten Tag, dann machen wir mal mit einem der drei weiter. Bei einem drei muss ich irgendwas zerstören, deswegen nehme ich ein bisschen das Misswarnhaus. So, und können auch gleich wieder gehen, ach, gehen wir am besten, hm, nein, nein, wir bleiben hier, du noch, und du, haben wir. Ah, ja, ja, oh, gut. Okay. So, unsere Aufgabe ist jetzt hier, warum, diese, ich komme her. Oh, oh. Dann... Hier müssen wir entlang Ne, das ist schon das Ne, das hier dreimal hier B4 deckt das mal Richtig sterben können die glaube ich auch nicht Also, das sind meine Leute Auch das ist die Oma Dort entlang Kommt hier nochmal hin Ach da wird geschossen Und da kommt die anscheinend auch raus Deswegen wäre es wahrscheinlich besser gewesen, wenn ich Wenn ich die Erste Die Heli Station Also die Ja, den Flugplatz einfach zerstört hätte Wäre wahrscheinlich besser gewesen So We go was Geh das! So steht alle mal auf Yay! Juhu! Freu, freu, so Kommt mit Hier hinten war ja gleich so n Ding Hier Krieg ich erstmal saftig 60 Punkte Nein Und krieg gleich noch eine Person dazu Das ist Yes Eine Person Mehr als Mufehl Was ist das? Defend hier Come over here, I gotta show you something Fall back! All of you So So und da halten wir auch schon den nächsten Oh Man muss die ganzen Nebenaufgaben nicht machen Aber es Sag mal es ist besser wenn man sie macht dann Dadurch kriegt man ja dieses Charisma Punkte Und Ohne die wäre es wirklich Sehr schwer Sehr sehr schwer Sehr sehr schwer Sehr sehr schwer Kann ich so die Seite wechseln? Ah Ah Da oben steht also nur einer Und da sind noch zwei andere Okay Ich bin Er Ich bin Ne So. 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 Completed und los. So. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder im Movie Park. Dann sag ich mal Tschüss.